Linden Meiner zum ersten, Brooks dazwischen Meiner zum zweiten. Szene vorbei, doch alle Kölner forderten Handelfmeter. Die Augen gerichtet auf Referee Dr. Robin Braun. Er war kurzfristig eingesprungen für den erkrankten Benjamin Brandt und musste bei seinem Bundesliga-Debüt gleich mal eine wichtige Entscheidung treffen. Die Bilder allerdings eindeutig. Brooks klar mit der Hand am Ball. Elfmeter für Köln. Florian Kainz gegen Oliver Baumann. Ganz lässig. 18. Minute 1-0 Köln.